Future Trunks. Dieses Früchtchen spielt schon wieder mit der Zeit rum. Das gibt's doch nicht. Dem werden wir jetzt die Lektion erteilen. Also gut, neues Szenario. Die Gegenwart war im Frieden, aber Trunks Zukunft war wieder einmal in Gefahr. Dieses Mal wegen eines mysteriösen Bösewichtes namens Black, der so ziemlich aussah wie Son Goku. Während er Treibstoff für die Zeitmaschine holt, nimmt Black das Leben von Bulma. Und so wie es aussieht, auch von der Leiterin des Widerstandes Mai. Nun hat Black Trunks ganz schön in die Ecke gedrängt, der gute Black. Na gut, gucken wir mal, was der so drauf hat. Du hast sie töten? Gut. Es ist jetzt Zeit, Sam. Du hast zu lange rumgezogen, zu viel Mühe zu machen, und jetzt werde ich das Licht von dir schocken. Ich kann nicht erwarten, dass du sterben kannst. Oh, ich darf Black spielen. Gut. Halt deinen Feuer. Dieser Mann ist nicht Black. Vielleicht weiß einer, was ich weiß. Das ist so ziemlich das einzige, was ich vom englischen Dub kenne. Von Schwenken wollte super. Oh nein. Und zack. Und zack. Und zack. Tja, Trunks, das sieht nicht so gut für dich aus. Oh, Instant Transmission. Ging nicht so gut. Hey, aber ich habe einen Dragon Ball bekommen. Cool. Lang nicht mehr. Das ist, glaube ich, erst unser dritter. Ach, Trunks. So gefällt mir das schon besser, Trunks. Ah, yeah! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Don't you see I'm helping you? Soon you'll be with her and the other creatures you love. If you had any sense, you'd know your death is a mercy for you and this world. You're the creature! You took her from me! Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Trunks, Moment, wir können doch über alles reden. Oh, er will nicht reden. Er will Stätzeln. Kann ich irgendwo auch verstehen. Na gut. No. 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 Du Trunks. Nur das. Achso, ich soll mal wieder was sagen. Das ist ja ein Let's Play. Okay. Also dann. Nächste Cut Siege. Hey, Moment mal. Hey, Moment mal. Cool. Hat sich gelohnt? Ei, wo ist er denn? Er ist komplett vernischt. Vanish Oxi Action. Äh, genau. Holy shit, das ging... Wahnsinnig schnell. Ich hab diesmal gar nicht 20 Minuten für den Kampf gebraucht. Hey, Trunks, Super Saiyan 2. Und ein Dragon Ball. Obedroh, perfekt. Wir haben eine Dragon Ball ins Ziel gerettet. Das ist schon mal super. Äh, doch, saven will ich da... You saved me. Das muss schon sein. Also dann. Natürlich geht es mit Black weiter. Trunks ist in die Gegenwart zurückgekehrt und informiert die Z-Krieger über die Situation. Wie Black aus dem Nichts aufgetaucht ist und nahezu jeden in der Zukunft getötet hat. Aber Black, höchstpersönlich, taucht auf einmal in der Gegenwart auf und reagiert somit auf Trunks Zeitreise. Als er ankommt, erkennt er Son Goku und fordert ihn zum Kampf. Werden die Z-Kämpfer herausfinden, wer Black ist und was seine wahren Absichten sind? Man, this is freaky. It's like I'm looking in a mirror. Get freaky. How are you, Goku? You're looking quite well. Looking good, Tien. Looking good, Yamcha. Moment, das war irgendwas anderes. Aber oh well. Trunks down there tells me, you're strong. Why don't you show me? That would be an honor. Truth be known, Goku. I've often wondered what it would be like to fight against you in this body. Huh? What are you talking about? The answer to that is not something you need to know. Na dann. Oh, Biden. Voller. Das war jetzt gerade ein bisschen... Äh, was? Okay, du hast es so gewollt. Beide mit voller Energie und dann direkt sowas. Na, warte. Du hast es so gewollt. Jetzt mach ich dich kaputt. Oh, shit. Oh, gut. Ich war schneller. Super Saiyan. Power. Kannst du das auch? Es ist mein Turnier. Es ist mein Turnier, zu zeigen. Hier. Los, shit, 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 los, shit. Na, warte. Ich will dir nichts sagen, Goku. Äh, ich meine Black. Aber... Du hast dir die falschen Gegner ausgesucht, ja? Aber wenn du weiterkontest, hast du dir vielleicht genau den richtigen Gegner ausgesucht. Black. Ah, scheiße, Black. Das ist nicht nett, Black. Ey. Ey, mein Freundchen. Jetzt ist aber Schicht im Schacht. Wo ist er eigentlich? Den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Okay. Ah, shit. Ah, shit. Läuft gar nicht so gut. Oh. Oh. Okay, normalerweise mache ich das immer. Ich darf mich nicht beschweren über sowas. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Jetzt läuft es nicht gut gerade. Ah. Wenn das noch weitergeht, macht er mich... Oh, scheiße. Macht er mich sowas von fertig? Ja, fantastisch. Moment mal, der Legendary Super Saiyan, das ist der andere, das ist der Brokkoli da. Blähungen? Oh shit, 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 oh shit. Oh, alter, leckt mich doch am Arsch, ey. Warum läuft denn das jetzt hier so? Dann eben so. Ja genau, daran lag's, ich hab mich zurückgehalten. Das ist der einzige Grund dafür. Nee, 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 nee. Hat der jetzt echt meine momentane Teleportation so abgewehrt? Nimm das! Wow, 17.000 Schaden, alter Schwede. Was are you trying to find out? I could ask you the same. Oh, der Sand, der blutet richtig. Ich bin nur Zeit, bis du zeigenst, was du wirklich hast. Aber ich kriege zu viel davon, um zu rutsch. Das wird in Zeit kommen, wir haben uns selbst. Wie lange hast du vor, mich zu kämpfen? Oh, schon wieder. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, diesmal hat er gewonnen. Muss aufpassen. Ja! Was gefällt dir daran eigentlich so, die ganze Zeit? Du kannst mich so viel wie du willst, die Schmerzen wird mich nur stärker machen. Ja, okay, das ist eine ziemlich schreckliche Sache, zu sagen. Oh, Joy, er wird wieder zurück. Ne, 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 ne. Das kann man übrigens nicht abwehren dann. Ich gar nicht, er hat es versucht. Also, das ist die Art, wie er durch die Zeit mit einem Heap von Metal. Metal... Nein, nicht mehr. Hey, du! Vielleicht war es auch ganz gut, dass er ausgewichen ist. Nicht, dass ich hier noch was verpasse. Weil so viel Energie hat er ja auch nicht mehr. Aber ich muss aufpassen, weil wenn der jetzt hier irgendwie was ganz Fieses macht, ist es für mich vorbei. Ah. Ich habe nämlich auch nicht mehr so viel Energie. Ich kann mir also eigentlich gar nicht erlauben, jetzt hier cocky zu werden. Ah, ne, ne, das kann ich auch. Wolltest du mir ja nicht glauben. Nimm das. Oh! Was? Ich hatte echt damit gerechnet, dass ich den Kampf jetzt gewonnen habe. Ah! Shit! Jetzt wird es richtig spannend. Boah, geschafft! Oh, oh, natürlich. Oh! Doch, gut! Haha! Wow! Was ist mit ihm passiert? Die Distortion in Spatum muss sich verpassen, es geht zurück nach normal. Weißt was? War das jetzt richtig so? Ich hoffe es. Nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Zero Mortal Plan. Tja, also die Dragon Ball Super Saga ist richtig ausführlich im Vergleich zu allem anderen, was wir sonst so aus dem Storyboard von Budokai Tengaiji 3 gewohnt sind. Donnerwetter. Also das würde uns echt noch eine ganze Weile beschäftigen. Denn jetzt geht es ja erst so richtig los. Time Travel is against the Law. Ja, ja, du. Über die ganze Zeit. Der Jako. Die alte Socke. Naja, gut. Aber es ist immer noch, äh, es ist immer noch, es ist immer noch Zeit, ne? Aber... Sollen wir zumindest mal reingucken? Nach seinem Kampf mit Black Goku haben Berus und Viss die Theorie, was die wahre Identität, was seine wahre Identität betreffen könnte. Basierend auf seiner Kleidung und seiner Energie. Der Supreme Kai von Universum 10, der sich auch Samasu nennt. Viss bemerkt Samasus böswillige Absichten, die beweisen, dass er tatsächlich Black war. Son Goku, Vegeta und Trunks kehren zurück, zurück in die Zukunft. Mit Doc Brown und... Nein, okay. Ja, und versuchen sie zu retten. Werden die drei Saiyajin Black besiegen können? Ja, aber sowas von, oder? Ich meine, es darf eh wieder noch Son Goku ran. Not in. Vegeta... Das ist etwas, was ich möchte, dass Sie sehen. Das ist Super Saiyan Blue. Und es wird dich in der Boden feststellen. Raal. A Most Brilliant Display. A Saiyan body enveloped in Divine Energy ist beautiful, im moment wissen wir so nah dran ja gehen wir lieber auf abstand das war kein meter 50 sehr gut heute ist der tag der dragon boys super saiyan general blue lustiger name tut mir leid ich kann mir diesen kampf ich kann mich hier ich kann diesen kampf jetzt hier nicht verlieren ich habe ein dragon ball gesammelt und den will ich verteidigen du blöd mann noch 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 bin ich okay ja auch scheiße dreck okay hey aber bitte auf damit danke so jetzt bin ich dran ich bin ich ja dir abprallen du preis hat ja explosiv das war verschwendet heute das machst du dich ich mache so anscheinend auch nicht hey momente war du redest mit dem prinz von allen zwei saiyajin was you think of it's quite the color huh ships ships in keeping with how you like to label your power levels the name of this one is jesus rosie aaa ja super saiyan rosé hopl hoops hat last i have not only master took whose powers i have made them my own Ha, ha, abgewährt. Ich mach sehr wenig Schaden. Das ist nicht nett. Er macht sehr viel Schaden. Das ist auch nicht nett. Ha, mach das. Meine Güte. Machst du jetzt echt ein Monolöko für deine Kräfte hier? Hör mal bloß auf damit. Das würde Vegeta nie machen. Ha, ha, ha. Ihr seid euch immer viel zu sicher. Aber damit ist ein für alle Mal Schluss. Oh, shit. Ho, ho. Grad noch rechtzeitig. Nehmt dies. Wow, das war stark. Wow. Ja, das war's für Vegeta. Au. Hat er ihm... Ich sage nicht, was er gerade aufgespießt hat. Das war schmerzhaft. Das war schmerzhaft. Wer mag jetzt reinkommen? Natürlich. Son Goku. Oh, shit. Ich hab's vorgedrückt. Es tut mir leid. Ich hab's nochmal vorgedrückt. Es tut mir so leid. Ich hab's noch mal vorgedrückt. Oh, shit. Ich hab's noch mal vorgedrückt. Ich hab's noch mal vorgedrückt. Scheiße. Scheiße. Bis dann.